In dem Nebenraum ist einer, kurz markiert. Gut zu wissen Michi. Ich habe gerade erst hinter der Tunnel gesehen. Michi, guck du einfach weiter nach rechts. Wie stresse ich, dass er vorbei ist. Auf was Alex nicht drüber. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Wie hätte ich zu dir hinkommen sollen? Ich weiß nicht. Ja Chris kann seit neuestem durch Wände schießen. Ja, wir sind einfach offen wie so ein schwarzer Käse. Hab einen! Schön! Uua! Nein! Spiel benden. Spiel benden. Du bist immer noch schlechter als Klemersatz 2 Kills. Ja, ich bin halt aber auch Pro Spieler. Auf einem neuen Level. Warum hauen wir hier noch mal ein paar Lines raus, ihr Fotze. Ah! Ah! Ich bin tot. Scheiße denn wie ein Mädel. Ich hab dich gerade umgedreht, deswegen hab ich mich erschrocken. Da drüben sieht es nicht so super aus. Ja, nice. Uua! 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 So schau ich einfach mal unter drauf. Oh, da ist ja einer Treppe! Der hat mich... Warte mal, die hat mich von der Treppe gehoord, als ich hier dann erwart war. Ja, Hex. Von, 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 von. Von, von hinten. Treppe, Treppe! Ash! Treppe! Full high... äh, Full high! Full high! Voll high! Full high! Ah! Ha! He! 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 Es war Treppe, ich war nicht mehr wahrscheinlich. Op4 hat den Biohazard-Container gespottet. Das war ziemlich leicht. Deswegen nehmen wir keinen Laser. Habt ihr das gesehen? Wenn man richtige Bobs töten mit Kameras. Warte, warte, warte. Ach du Hurensohn! Hoi. Was kommst du auf mich Warte sage? Oh, schießt du alle, ähm Monkey? Da. Hey, alles klar. Ich kann ihn nicht sehen, aber er mich. Das möchte ich jetzt... Where are they? Oh, äh, ähm... Ja gut, hm. Mach der das nochmal! Remember folks, efficiency is clever. Clever laziness, alles klar. Caveira, komm zu meiner Position. Caveira. Someone to investigate. Michi, aufpassen, kommt nochmal. Ja? Ja, ja, ja. Schießt knapp, ne, schießt knapp, ne, schießt knapp. Ey, bei mir direkt. Boah, Alex, warum bleibst du mir durch das Feuer? Ich hab dich... Habt ihr da drin bereit? Keine Stinne. Guck den Gang lang, rechte Seite müsste da sein. Ja, so hab ich. Ja, lass mal Dominic gucken. Nein, fehl. Schön! Schön! Ah! Huh! Ja! Dominic! Das ist eben unbeschreiblich. Dominic! Als ob du halt einfach mit einem Epileptiker zusammenspielst. Dominic! Der Epileptiker hat da gerade einen gekillt, ja? Dominic! Der Epileptiker hat aber nur in der... Der Epileptiker ist nicht nur der Schlechteste hier, ja? Ja, find ich auch. Dominic, schlaf mit mir. Ja? Jaaaa! Ne, das wär jetzt zu viel. Das wär zu viel. Ah! So ne geile MP7. Ah, ist sie schon pornös, ne? Boah, ey, du bist ja so ein richtiger Felix, Junge, ey! Jaaaa! Ja, Gönner! Gönn dir! Glamourös! Glamourös! Alex! Wie kommst du auf so Worte? Die sind auf die Worte! Warte, 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 warte. Ich meine, warte. So. Pomp. Übrigens, äh, Alex, du setzt da weg. Ja, Alex, das wär ganz gut. Alex, weg! Alex, weg! Alex! Die springt bei dir auf! Alex! Da ist einer afkar! Ja, ich weiß! Da ist einer afkar! Ja, ich weiß! Da ist einer afkar! Ja, ich weiß! Die könnte direkt holen! Jetzt! Komm! Dreck 2! Einer ist noch dahinter! Genau! Direkt bei euch! Das ist der letzte! Das ist der valkyre! Ich mag C4! Ah, das ist der 4! Ah, das ist der 4! Ich wollte ihren Kopf! Aber ich hab C4! Ah, die hat mein Schild kaputt gemacht! Das geht jetzt so weit! Also, ganz ehrlich! Guck mal, da hab ich das zervier zerstört, ne? Da war die sauer! Und hatte einfach mein Schild kaputt geschossen! Da! Erzählen dies! Oh, das ist voll gemein! Ich hab keinen abgekriegt! Wir sagen dir auch so! Du stehst im Weg! Alex, geh mal weg! Du bleibst einfach afkar! Mitten im Weg! Also, das Ding ist... Auch noch im Weg afkar stehen! Die hat da gerade aufgesprengt, ne? Und du liegst einfach so rum! Ja, wir halt sterben könnten! Auf dem Lagerschränke war der Raum, ne? Ja! Ach, hallo! Ach, und dein Maulmann, weil du ja auch schon auf der Treppe warst, du kleine Fehlgeburt! Ich stand aber direkt vor dem Raum! Ich wollte mich eigentlich da positionieren, dass du dann aufraust! Du machst immer! Nein! Alle rennen erst mal auf Position! Clemens macht's schon aufgestellt! Ich lass' alle noch ein bisschen wohl rein! Alter, er rockt's noch! Pssst! Nicht verschreien! Ja! 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 Ähm! 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 Au? Trifft es ganz gut, ja. Ich habe nicht gesehen, wo das war. Der Tisch muss da auf sein. Kommt dir mal Alex Punkte an. Nein. Leute, ich habe meine Zeitbesten zum Blick, ja. Weißt du, wo du hin musst? Ja, ich fand das nach unten, ne? Ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss nur kurz gucken, ob der... 20, 19, 18. Hallo? Junge, du stehst hinter einer Nitro. Ja, die kann nicht mehr hochgehen. Nein. Nein. Fuck. You're out of time. Oh. 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 Okay. Okay. Die Schotten ist doch gut. Ja, siehst du. Hättest du nicht gedacht. Du darfst schon so. Okay, vielleicht war der Bug auch ziemlich angefressen, aber. Angefragt, aber. Warte, ich hoffe, ich habe auch geboren. Hm, dann als ohne. Oh, ich habe auch. Oh, Mann. Das ist ja auch. Weg drin. Alex, kannst du mir was sagen, was da ist? Moment, ich bin gerade auf dem Rest auf meinem Rotterrat. Ja, habe ich was verpasst? Ja, dass Chris gerade gestorben ist. Wie habe ich die... Das wurde passiert. Ja, aber wie... LOL! Hello, ey.